Es geht wieder um die Climedias Und es ist immer noch ein geiles Spiel Wie ihr seht, meine ganzen Bohrer außer einer ist fertig Weil da werden wir jetzt gleich hoffentlich geile Sachen rausbekommen Das Beste, was ihr hier rausbekommen könnt, ist eigentlich ein Diamant Machen wir alle auf hier Heben natürlich alle nur einmal, das ist natürlich nicht blöd So, dann haben wir hier schon mal ein Diamant Einen Diamant haben wir, das ist schön Aber das ist ein bisschen wenig für vier Bohren Vier Bohrer, ein Diamant ist schon tragisch So, jetzt können wir natürlich, wenn wir Bohrer kaufen oder Pumpen mal Oder sowas Können wir eine Pumpe kaufen und eine Bohre Und die Bohre tun wir anders hinsetzen Nämlich neben der Pumpe Und die Pumpe tun wir auch hinsetzen, wo man Tiefensohle rausbekommt Und die Tiefensohle bekommt ihr, glaube ich Also ich tue es jetzt immer nur da hinten aufstellen, weil ich dann weiß, dass ich da Tiefensohle rausbekomme Aber ich glaube es bekommst du allgemein in dem Gebiet Nämlich, hier tue ich immer meine Tiefensohle rausbekomme Dann müssen wir eine Bombe hin Und ein Bohrer hin Und ein Bohrer hin Natürlich könnte ich jetzt noch ein paar Kisten aufmachen, weil ich jetzt mal machen werde Bitte zurücklaufen mit zu viel Kisten aufmachen wie ich kann Und einmal die hier, über so einen Baum hier Also es ist noch einmal da hinten Da ficken wir Da ficken wir Ich bin gar nicht mehr, was wir hier rausbekommen So Das Bier kommt ja auch aus der Pumpe raus Ist auch ein wichtiges Ding, glaube ich Ja doch, eigentlich schon Das Bier kommt ja auch aus der Pumpe raus Wenn ihr das, was ihr so was sucht Oder irgendwie Bekommst ihr aus der Pumpe Und das bekommt ihr, glaube ich, überall von der Pumpe Also egal wo ihr die Pumpe hinstellt, ihr bekommt das So Ich glaub Jetzt ist hier nur noch eins, wo ich holen kann Soviel ich weiß Weile ich klein nicht Jetzt glaub ich hier irgendwo Genau hier Hier soll auch ein grünes sein Oder? Nee Doch Vorbeigeladen Und was bekommen wir hier raus? Okay Also ihr bekommt überall was unterschiedliches raus Es gibt Manche Dinge wo Teleporter drin haben Oder Verdiggeration Sowas hier halt Ja Wir nehmen ein paar Verrotten hier rein Aua So Ähm Wir machen gleich mal die Aufgabe Wenn wir kla- Kriegen wir jetzt schon eine Aufgabe, wo wir machen können So 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 ein Fossil ist auch so selten Okay Also später, wenn ihr genug habt Irgendwie von allem Dann wird es auf jeden Fall nicht mehr so selten sein Auf jeden Fall wollen wir jetzt die Aufgabe machen Weil Da bekommt man auch noch Sachen Wenn wir Glück haben, kriegen wir so einen Ort, wo man Ein paar Aufgaben machen muss Ja So Jetzt würde ich die Frage machen wir Victor Oder machen wir die Ich glaube wir machen Victor So Da brauchen wir jetzt so einen und so einen Ja Also jetzt einmal in dem Gebiet und einmal in dem Gebiet Nee Wunderbar nicht Und alle beide im gleichen Gebiet Ich Idiot Nee Sind alle beide im gleichen Gebiet Okay 15 Minuten 16 Minuten Wir haben auch schon, wenn ich ein bisschen schneller laufen könnte Die Arbeiten noch schön Die Arbeiten Ich glaube ich elf Minuten Zehn Minuten oder so was Arbeiten die Ungefähr Ungefähr so viel Ungefähr so lang arbeiten die Ich weiß aber nicht mehr ganz genau So So Ach nee Stimmt gar nicht Doch hier gibt sie auch Hier gibt sie auch So Dann brauchen wir einmal den hier Und einmal so einen Jäger Schnell Jetzt kommt hier Jetzt kommt hier Ich habe hier bis zum letzten Jäger gefunden Hier läuft jetzt kein Jäger hier rum Aber jetzt laufen hier ohne Jäger oder was? Danke schon dafür so, dich nehm ich mal mit dich nehm ich mal mit euch nehm ich mal mit frag ich mich nicht warum ich die jetzt mitnehme, ich weiß es nein, hat verkackt von der von von So, ach sorry, ich habe jetzt eine Sprachnotiz angehört. Ich habe vergessen, dass ich so wenig boost habe, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Geld verdienen, weil ich eigentlich Geld brauche. So, ich breche mal auf, wenn mir die sitzt da. Schlimm. Oh nein, warum fütte ich die denn? Oh nee, warum habe ich die jetzt gefüttert? Die haben eh tausend Sachen. Oh, das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Ähm, ja. Fast hundert. Wie ihr seht, irgendwann hat man einfach zu viel Früchte. Das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Und das ist mein Gott. Das ist mein Gott, der ist mein Gott. Ich bin zufrieden. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich kann da kein Geld Programm machen. Und dann kriegt ihr irgendwann nicht. Habt ihr echt zu viel Karotten... So viel Karottenfelder braucht ihr gar nicht. Also... Naja... Karottenfelder braucht man eigentlich nicht. Man hat eigentlich gemeint schon wegen dem Zwiebelfeld. Wie viele Karotten haben wir bekommen? Ich gebe euch mal 40 vor. Ich möchte es nur wegen dem Zwiebelfeld. So... Am Anfang ist das ja echt schlimm mit dem Zwiebelfeld. Aber irgendwann habt ihr echt genug. Ich glaube ich mache mir auch noch mal eins hin. Vielleicht kann ich ja jedes kaufen. Ich brauche mit. So... Mit dem Geld können wir gleich ein Zwiebel kaufen. Weil wenn man die Sachen hier rein kommt... Oder dass die rein kommt... Also wie... Minzmango... Wie auch nochmal Karotten extra... Und... Die Zwiebel... Dann werden die wir hier jetzt schon mal nicht alt. Ähm... Ich hab schon jetzt schon zu viel Karotten. Ja, das ist ein bisschen da. Das ist gut. Also gut. So... Weil ich es aber gleich noch kaufen will nämlich... hier noch alles... Und dann mal das hier mal... Und tanken noch mal für... Energie... Und dann resten wir mal gleich. Ich weiß nicht, dass ich meine Fühler bin. Dann können wir jetzt auch schon mal alles reinmachen müssen. Bei uns wäre das erstmal alt und das ist auch unnötig. Also am Anfang, vor allem am Ende. Wenn du jetzt alles hast, mega viel, mega viel Geld und sowas, dann juckt es nicht mehr so hart an. Jetzt allgemein ist es schon noch ein bisschen. Wir können jetzt 50 Sachen drauf schaufeln. Wir kaufen in Spannys einfach mal einmal. Weil ich meine, mit Boron Teleporter kann ich jetzt immer wieder mal machen, weil es bräuchert nicht mehr Geld. Dann rein. Dankeschön. Aber was ich dann auch noch überein bauen werde, ist ein Futter Ding. Das werde ich noch machen. Aber dafür bräuch ich auch noch ein bisschen Geld. Am Anfang kriegt die echt. Die ist echt schwer Geld zu verdienen. Mit der Victory hat halt schon was tolles gewesen. Hm. Das tue ich noch gleich rüber. Eine portion. Weil da hab ich schon nix mehr. mit damit ist die 50 Euro 50 mit dem Verkauf mit dem Plan zu Da komm ich hier auch noch ein bisschen rum. Ich brauch auf jeden Fall von dem Blau machen, haha. So. Da kann ich gleich noch alles gut ausstellen. Oh, hier war noch eins. Okay. So. So, die behalten wir. Die geben wir ab. Und noch was noch da hinten. Und wo noch den Rest? So. Dann fangen wir da drüben mal gleich an. Äh, was für eine Stufe man einstellen muss, keine Ahnung. Manchmal ist so viel, manchmal ist so wenig. So, 55 kostet alles. Okay. So. 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 dann können wir uns auch noch mal leben aber das ist jetzt schon mal gut weit wie möglich ich glaube wir könnten uns nämlich keine Stufen mehr kauen so hier kommen dann die ganzen Sachen hin was ich brauche auf jeden Fall so unterschiedlich hier Slimes und deswegen wollte ich eigentlich keinen Honigführer mitnehmen weil ich Honig Slime auch sehr viel brauche so dann gucken wir mal was wir jetzt brauchen aber nochmal Victor so von denen hier braucht es 7 1 und 5 und den das kann bebinden ja herfisch schon mal gut dass es dunkel wird aber wenn wir jetzt die Bums nehmen ist einfach von da ich weiß nicht wie viele ich glaube 5 ich glaube 5 blöd ich glaube 5 Stück es ist so aber vielleicht bleibt auch ein paar oder? nichts essen mehr ah nee da hat er mal ein paar Mittchen da brauche ich jetzt ein weniger Ich bin schon mal da. Ich habe andere Sachen. Jetzt können wir noch ein bisschen länger rein, das ist gut. Ich glaube, ich brauche nicht so viel, weil ich glaube, ich brauche nicht so viel. Ich glaube, ich brauche nicht so viel, ich brauche nicht so viel. Ich brauche nicht so viel, ich brauche nicht so viel, ich brauche nicht so viel. Ich brauche nicht so viel, 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 ich brauche nicht so viel Ich glaub hier gibt's da nämlich da drüben. Ja noch mit. Und. Du auch. Du auch. Du auch. So rein, danke schön. So jetzt Jäger. Für dich Jäger. Eigentlich ja nicht so ne. Wo gibt's hier denn Jäger? Ja. 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 Hier hinten. Hier gibt's hab ich noch die großen. Hier hab ich noch die kleine. Wird das leer. Hier gibt's noch die großen. Hallo. Dreh schon wieder. Pfff. Wann ist das denn größer? Wo gibt's hier denn kleine Jäger? Ufff, da kann ich hier schocken. Hm. Die sind auch noch groß. Programmieren noch eine kleine Idee. Eigentlich finde ich hier oben oben. Auf dem Feld hier eigentlich. Das scheint mehr sein. Oh, ich stirb. Nein, ich habe hier nichts zu essen. Und hör. Aber ich bin jetzt eher Flieger. Ja, tch. Das ist echt blöd. Ich finde hier keinen Jäger. Ja. Hmm. Hm. Es sind Jäger so selten zu finden. Jetzt habe ich die ganze Zeit einen Jäger gefunden. Jetzt brauche ich keinen einzigen Jäger mehr. Ja. 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 was jetzt für dich Wo findet man Jäger am besten? Mh Das ist echt blöd Ich habe keine Ahnung wo ich Jäger fände am besten Da müssen wir auch noch Honig Okay, hier gibt es dafür Honig anscheinend Aber Jäger gibt es hier überhaupt nicht Da sind Party Slime, oder? Hm Schwierig, schwierig Da hinten sind nur große Jäger Was geht denn da? Nein Hier gibt es überhaupt keine Jäger Das ist ein Problem Aber ich glaube die Aufgabe ist schon wieder vorbei Da sind wir noch 18 Minuten wo die hebt Ich habe hier noch 18 Minuten wo die hebt Hier habe ich hier echt zuletzt 1000 Jäger gesehen Und jetzt sind ich keine Einzelne Ich habe hier noch einen Ich habe hier noch eine Ja, dann bin ich hier noch Ich habe hier noch einen Schwingelbösen, wenn jetzt hier in die Jäger rauskommt. Ne, keine Ahnung, ich finde hier kein Jäger. Gibt es hier irgendwo Jäger? Nein. Hier kann man das auch. So, dann gehen wir aber ein bisschen zurück, weil die Zeit ist eh abgelaufen, glaube ich. Bis ich jetzt einen Jäger finde. WTF? Was war denn? Wird? Ich mache die Kiste mal da hinten auf. Mal mit. Der ist echt blöd jetzt. Ich habe einen Jäger. Vier Minuten habe ich denn noch? Vier. Fünf und sieben hätte ich von denen gebraucht. Ich glaube, in drei Minuten schaffe ich das gar nicht. Ich habe keinen Jäger gesehen und habe auch keinen Jäger gefunden. Drei Minuten haben wir noch. Mal gucken, wenn ich Glück habe, wenn jetzt einer da ist, dann schaffe ich es noch. Wenn ich es direkt einfinde, dann werde ich es schaffen. Das war eine Kürze. Hier schon mal nicht. Dann müssen wir noch einen Jäger haben. Seid ihr? Ich brauche nur noch einen Jäger. Nur einen. Dann. 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 Irgendwas ist hier, aber kein Jäger. Doch, da war ein Jäger. Das gehört für niemand. Hier noch mein Jäger. Wenn ich ihn wegführe. Ich frage jetzt nur, ob die Zeit dafür langt. Das nicht mehr. Und da war jetzt auch ein Jäger, glaube ich. Komm schon. Ich glaube die Zeit ist um. Ich weiß nicht, aber ich glaube die Zeit ist um. Ganz leichte Sachen bekommt man eine halbe Stunde auf der Zeit. Ganz späre Sachen bekommt man. 5 bis 16 Minuten. Ah, die Zeit ist um. Gehe ich nochmal, Victor? Nein, jetzt gehe ich. Wollte mich verarschen. Nein. Ohne. 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 Da muss ich die ganzen Dinge abgeben. Ohne. Ohne. Wow. Wir kommen mal später, wenn wir es soweit sind. Wir kommen jetzt in den Weg. Wir kommen jetzt an der Fall. Ich muss noch ein paar Paare aufgeben. Ich muss noch einmal ein paar Paaren ausziehen. Ich muss noch ein paar Paare ausziehen. Ich habe noch einmal in den Ganzen. Ich habe auch mal in den Ganzen. Ich habe es für einen Tag. Ich habe es für einen Tag. Das war's für heute. Hühner, 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 Hühner. Hühner, 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 Hühner. Hühner, 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 Hühner Ich will jetzt auch noch einen Gaukel holen. So, zwei. Nein, bis zum... Es ist noch sehr viele Steinhunde, das wäre schön. Noch ein Steinhunde. Nein, nicht ein... Ach, nee. Ich kann mir das auch mal mit. Sonst. Noch ein Steinhunde. Ein Steinhunde finden wir noch. Noch ein paar Schatzsteinhunde noch ein. Und habt ihr da schon gegessen? Wahrscheinlich. Dann noch zwei Steinhunde extra. Drei. Wenn du mir den abgeben, dann... ...dann... 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 ...das war's für heute. Aber wir haben ein bisschen was gemacht haben zwar sehr viel verkackt, aber was sonst. Dann heben wir die noch auf und dann... So, dann war's das jetzt für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und Auf Wiedersehen.